Leben und Arbeiten, das soll auch in Zukunft zusammengehören in Untermaß-Holderbach. Das kleine Dorf im Hohenloher Land im fränkischen Norden Baden-Württembergs beheimatet 100 Einwohner. Die beschauliche Größe birgt eine überraschende wirtschaftliche Vielfalt. Einen Milchviehbetrieb, zwei Schweinemastbetriebe, einen Ferkelerzeuger, einen Obstbauern mit Hofladen, Weinanbau, einen Imker, eine Naturheilpraxis, eine Pferdepension, Ferienwohnungen, die Musikschule, eine Consultingfirma, sogar Schnapsbrennereien, einen Schaubauernhof, einen landwirtschaftlichen Lohnunternehmer und schließlich die Biogasanlage der Familie Bauer mit 350 Kilowatt elektrischer und 250 Kilowatt thermischer Leistung. Sie war eine der ersten Anlagen in Hohenlohe. Seit Dezember 2004 produziert sie Strom aus der Vergärung von Mais, Silage sowie Rinder- und Schweinegülle. Die Biomasse stammt vom eigenen Hof und anderen landwirtschaftlichen Betrieben aus dem Dorf und der näheren Umgebung. Ulrich Bauer testet außerdem auf kleinen Parzellen andere pflanzliche Rohstoffe und jetzt, im Herbst, gibt es nach der Zuckerrübenernte Reste, die auch in der Biogasanlage verwertet werden. Die Idee zu einem eigenen Nahwärmenetz entstand auf einer Bürgerversammlung. 2011 gründeten die Bürger des Dorfes nach ausgiebiger Planung durch ein ehrenamtliches Team die Nahwärme unter Maßholderbach GbR. Die Gesellschaft baute die Heizleitungen im Dorf, eine Heizzentrale mit zwei Pufferspeichern und einen Hackschnitzelkessel mit einer Leistung von 200 Kilowatt für besonders kalte Tage. Nahezu alle Familien sind mit gleicher Stimme an der GbR beteiligt. Von 25 Haushalten sind 23 angeschlossen. Und da die beiden anderen Haushalte auch mit Biomasse heizen, wird der gesamte Wärmeverbrauch in Untermaßholderbach zu 100 Prozent aus Biomasse gedeckt. Bisher ist das einmalig unter den Bioenergiedörfern. Nun planen die Bürger, gemeinsam mit der benachbarten Kreisstadt Oeringen, das Bioenergiedorf als Leuchtturmprojekt in die Landesgartenschau 2016 einzubinden.